Einen wunderschönen guten Abend und wir kommen zurück bei Life is Strange Double Exposure. Wir suchen nach Hinweisen, die uns mehr verraten über Amandas Interessen, mit der wir flirten wollen. Ich bin sehr ernst über diese Zeit. Ich werde hier aus dem Handel flirten. Was bedeutet das denn? Ich bin auf meinem Limit. Ich spreche hier Englisch. Aber bist du wirklich... Ja, äh, wo war ich? Ähm... Nächste Woche gibt es Senegalesische Erdnussuppe oder Muschelsuppe im Stil von New England. Es steht gleich statt. All ich muss tun, ist, dass Amanda ein paar Dinge finden kann und dann über sie sprechen. Ich kann das tun. Ja, wie? Äh, Limoschelsuppe oder? Ja, ich kann das. Wenn in New England, du was ein Neu Englander's do. nah how do you do fellow kids what brings you two to the turtle tonight fearless leader put us on duty oh that's right must be exciting being in a secret society yeah very exciting join the abraxas society where you too can become a prestigious artist and hang posters for vin's party you'd think he'd have freshmen for that so why do people join abraxas it just sounds like a lot of stress the only thing worse than being in abraxas is not being in abraxas if you want any recognition at all it didn't used to be this way it used to be about activism and creating art that matters now it's mostly for networking and worshipping vin lang the president sounds like a bummer well good luck you guys I bet you ten bucks she asks her out I saw what we were talking about on my list could you let me buy me another beer no I'm adding up today can you blame me I'm barely passing an econ only classes that aren't a struggle or max's art seminars this shit's not even in my major maybe you should switch me next we're going to talk to you yeah yeah come to me come to us in the class last time I saw her hell yeah diamond way to go one day I'd like to play go with moses and sophie just have to learn the game first what there's no way this is meant to be like this I thought I was Caliphons resident polaroid taker nearly someone else is taking a punch ah undergrads good beer good ethics what else could you ask for snapping turtle snapping turtle die snapping turtle ist eigentum von mitgrildern und wird demokratisch von einem bewählten vorstand verweiligt wir glauben an bier kunst nachhaltigkeit und faire arbeitsbedingungen du musst kein mit mied besitzer der snapping turtle sein um das zu genießen das wir anbieten doch und zu unterstützen bedeutet dass du die kunst und eine faire und gerechte lebensart unterstützt Das ist für sicher aufzunehmen. Amanda empfiehlt Misery-Kult, Tom. Ich kann damit arbeiten. Unser neues Käse-Sandwich mit grünem Apfel, Teddy Koch, Misery-Kult, Album der gleichnamigen Band von 1999, Amanda Buckingham, Wilder Beasts than These, von Professor Lucas Colmenero, Liana, Mitglied, besitzt. Amanda empfiehlt Misery-Kult, Tom. Ich kann damit arbeiten. Das ist glaube ich so relevant. Auf meiner Terrasse haben wir auch hier. Schön. Ein See. Ehrlich. Doktorand. Ah, ja. Die Telltale-Signs von einem 10-Kaffee-Allnheiter. Ja, ich bin ja noch nicht fertig, Max. Ja, ich bin ja noch nicht fertig, Max. Amanda weiß wahrscheinlich, welcher Bier eigentlich gut ist. Ich könnte sie fragen. Oh, Mann. Ich wollte auf der schlechten Liste-Pickup-Line kommen. Ich wundere, ob jemand hier weiß, welche guten, die ich kaufen könnte. Schlimmste Anmacher der Woche. Du musst der wahre Grund für die Erderwärmung sein. Ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben. Hast du Wasser in den Beinen, weil meine Wünsche-Rute ausschlägt? Ich sollte jetzt das Eis brechen können. Nicht, dass sie mehr zu sprechen, oder mehr Pickup-Line für ihre Schalkbord, niemals tut. Safi sagt, die Bände, die hier spielen, sind klein, aber halbes Herz. Ich bin nicht sicher, ob das ein Kompliment ist. Ich liebe die Wünsche an eine Bedeutung als die nächste Mädchen. Aber die Bedeutung hier ist einfach... verwirklich. Die Kunst anderer zu ruinieren, am Ende. Es ist nicht wahnsinnig. Aber jetzt... Er unterstützt artistische Genie, ich glaube. Das machen wir gleich mit dem Andersspruch. Hier war noch ein Waldstrumpf. Schon besser. Die Familie Thomas beim Wandern in Lai-Brooks-Vold. Okay, ich habe ein paar Themen. Ich bin komplett und komplett vorbereitet, zu sprechen zu Amanda, wie ein normaler Mensch. Doch ich könnte immer mehr Pick-up-Line-Ideen bekommen. Oh, ich habe ein paar Themen. Ich weiß, Max. Du musst mir das nicht nur zehnmal sagen. Ich bin mal hier mit dem D-Line. Oh. Survey question. Ich habe ein paar Themen. Ich bin komplett und komplett vorbereitet zu sprechen mit Amanda, wie ein normaler Mensch. Doch ich konnte immer mehr Pick-up-Line-Ideen. Was? Sag mir, du hast eine terrible Pick-up-Line zu sharen. Ich glaube, wir haben uns alles angesehen, was man sich ansehen kann. Ansehen. Just talk to her, Max. You know how to talk? Ja. So. Kamera aus. Und sprechen. Busy night. Oh. Julie called off. So. I haven't got a single break. I'll shift. My bladder is about to explode. Go, P. You can talk to me later. It's a fabulous idea. Don't go anywhere. That's the third glass this week, Reggie. I got this. Bathroom. Now. You are a literal angel. I owe you. Out of the way, freshman. Reggie is lucky, I'm not gonna make him sweep up the glass. I don't wanna let go. Don't wanna let go. Don't wanna let go. Mercury must be in retrograde. Mercury must be in retrograde. Come here my sharp little friends. Moonlighting huh? Hey. Photography is a tough industry. Not gonna die. schnell next time remember the class goes on the table jetzt aber oh my bladder thanks here tell your bladder it's my pleasure oh and I saw you fix the paintings we're gonna have to put you on payroll yeah I'm pretty amazing so hey you were gonna say something before all that yeah recommend a beer for someone who hates the taste of beer handlebar cider that's the max-ist thing on tap how did you it's my job to know the regulars I'm the all-seeing eye of Lakeport Vermont you're starting to sound like one of those Abraxas guys that dork ass rich kid secret society bites your tongue so you're a misery cult fan for sure so cool that you know them actually no sorry I actually had never heard of them until I read your rec on the white board oh right you're not a Lakeport local duh so educate me I want to know misery cult were the first band out of Lakeport to make it big they kind of founded the Lakeport music scene what does make it big mean in this context I mean they got college radio airplay as far away as New Hampshire so yeah pretty big those photos on the wall over there is that your family yep all six of us my poor mother I love those goobers plus I'm the oldest so they have to do what I say I gotta know what the deal is with the pickup lines my buddy Henry and I were co-headlining a comedy night holy shit you do comedy? and this is the first I'm hearing about it? sorry sorry listening quietly please proceed so the whole drive up he's telling me the grossest pickup lines he can think of trying to get me to squirm dumb bro shit anyway it turned into a competition which I won nobody knows grosser pickup lines than a small town lesbian and the competition turned into the chalkboard? so? give it a shot what's the best pickup line you've got? I haven't heard of it but I don't know name a different coffee are you a campfire? cause you're smoking hot and I want some more cringe goofy as hell perfect you're on the board Max yes so I was thinking that we should totally do something in Linkport sometime you could show off the local music scene oh hell yeah there's this band Revenge Horse that I've been meaning to check out based on that name alone I'm 100% in so I like to make sure that boundaries get set early so zero pressure either way either way but is this a date thing or is this a friend thing? you're really fucking adorable I was kind of definitely thinking a date thing you're really fucking adorable thank you Mini Mouse haha no it's a date then it's a date then you're really fucking adorable Was ist das? Ja, weil ich uns gegründet habe. Ich behaupte eine Medel. Also, was machen wir? Die Nacht ist jung. Wir sollten nur die drei sein. Es gibt einen Meteor Shower heute Abend. Ich mache Forschung, aber es könnte Spaß mit anderen Leuten sein. Ihr solltet euch kommen. Das ist perfekt. Alles wir brauchen ist... Hold on. Sie ist heute Abend ein Kilometer. Sie bekommt das Weg, wenn sie in einem guten Moment ist. Kortesie von Madame Präsident, Mami Dearest. Zumindest bis sie erinnert, dass ich bereits ihre Kreditkarte habe. Soll wir? Was? 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 Das ist das, was ich für Sie zu geben. Wow. Also, wir sollten uns über diese verrückte Asteroid auf der Erde bemerken? Nicht in unserer Zeit. Und es wird wahrscheinlich schon wiederholfen, bevor es auf der Erde erreicht. Okay, Max, you have 24 hours before the world ends. What would you do? Oh, I'm documenting that shit. Can you imagine how cool an Apocalypse photo set would be? Oh my god, this again? Nobody would see it. I'm telling you, art requires an audience. Otherwise, it's just... Okay, jeez. Agree to disagree. Awful quiet over there, Murph. Don't want to weigh in? Oh, uh, I wasn't listening. But, hey, looks like the equipment's working. Eek, why am I not at home wrapped up in a blanket burrito right now? Because, despite your attempts to convince us otherwise, you're a really sweet person. And you wanted to spend time with us. Aww. Oh, I brought cups. Figured that was better than passing the bottle around. This is the best you could do? I don't work in this building. Don't blame me for the astronomy department's bad taste. Mine says, I'm the world's horniest grandma. Grab a mug, Max. Um... Why not just come out and say it? I have some good news. Uh, it's big, but I can't tell you what it is. You can't tell us you have good news and then... I don't want to say anything else until everything is finalized. Mysterious. Well, whatever we're celebrating, I think it calls for a selfie. Oh, let me. I just got this camera and I want to get some good use out of it. What should we say? Damn. I think I have hypothermia. Moses has hypothermia. I've got incoming. I'm gonna... You know... Do my thing. Good news, huh? You two and your secrets. How you ever hold a conversation with each other is beyond me. I'm dying to know what Sophie's good news is. Maybe I can somehow convince her to spill. Oh, wir haben Nachrichten. Ganz viel neues Frostbuck. Dieses Gefühl, wenn deine Freunde begeistert, zustimmt, sich mit dir die Sterne anzusehen. Auf einem Dach mitten im Winter in Vermont. Lukas. Es ist so erfreulich zu sehen, wie weit meine Studenten kommen können. Glückwunsch, Kennedy. Ich bin so stolz auf dich. Amanda. Hab mir Fassi in die Hose gemacht und hab das Mädchen trotzdem bekommen. Freu mich auf mein Date und Revenge Horse. Wer ist das Mädchen? Und weiß sie, dass du dir Fassi in die Hose gemacht hast? Jetzt auf jeden Fall. Ich würde der Welt nicht erzählen, dass mir Fassi in die Hose gepinkelt hat. Aber das ist nur meine Meinung. Der Unterschied in unserem Stand wird sich zeigen. Sterne in deinem Fenster, die ich mir nicht ausmeilen kann. Ich wollte das ganze Booksy-Tat posten, aber auf dem Observatorium ist es so verdammt kalt, dass es mir nicht mehr einfällt. Okay, Ashley ist die kleine Schwester von... Die große Schwester von... Ne, die kleine Schwester von Amanda. Nachrichten von Reggie. Es tut mir so leid wegen dem kaputten Glas, Max. Bitte lass nicht zu, dass Amanda mir ein lebenslanges Habut für die Snapping Turtle verpasst. Ein Emoji reicht völlig, Reggie. Okay, aber ich wollte zeigen, wie leid es mir tut. Das werde ich berücksichtigen, wenn ich ein gutes Wort für dich bei Amanda anlege. Du bist die beste, Max. Ach, Reggie? Achso, das war das. Mit Moses reden, sollen wir. Um etwas, was Savi's Geheimnis erfahren. Aber erstmal gucken wir uns... Erstmal gucken wir uns an. Ich liebe, wie Moses immer so passioniert über seine Arbeit sieht. Auch wenn er nur... ...nummern schlägt. Hey, Moses. Ich kann es nicht unter anderem. Ich werde es nicht wegwerfen. Ich kann es nicht wegwerfen. Ich weiß nicht, ob Moses weiß, wie Sophie zu sprechen. Ich weiß nicht, ob er das ist. Ich weiß nicht, ob Moses ist. Ich weiß nicht, ob er das ist. Ich habe mich und Chloe vertreten, um die Erinnerungen zu haben, unter Skies wie dieses. Ich liebe, dass du mein Partner im Krieg bist. Als lange du mein Partner im Zeitpunkt bist. Nach dem alles, was in Arcadia Bay passiert, bin ich glücklich, dass ich diesen Ort gefunden habe. Ich habe nicht so glücklich, in ein paar Jahre. Ah, ein Wenn-Moment. Ah, wir erinnern uns an dieses Gespräch mit Chloe. Partner im Krieg, Partner im Zeitpunkt. Als wäre es gestern gewesen. Nur die höchste Qualität der Trinkungsvesseln für die Astronomie, ich glaube. Verdammt, Safi snaggte ein gutes Zeug aus der Snapping Turtle. Safis zweites Lieblingsforsitzung. Moses muss auch interessiert sein, Safis Good News. Ich glaube, er weiß einen Weg, um es von ihr rauszukommen. Ich glaube, ich glaube nicht. Vielleicht wird Sofie mir deine gute Nachrichten erzählen, wenn ich wirklich gut frage. Das sind viele Zigaretten. Sind sie alle Sofies? Ich dachte, Sofie hat zu schmieren. Ist sie stresst? Schön, Max. Hey, Moses. Wollt ihr nicht wissen, was Sofies gute Nachrichten ist? Okay. Ich denke, ich habe eine Idee. Aber als wir über diese Straße gehen können, wir können nicht zurückkehren. Okay. Gib das zu Sofie, wenn du nicht. Du wahrscheinlich musst sie schocken, oder planen es auf sie. Wie ein Prank? Nein, das hat Regeln. Also ist es eher ein Spiel. Werden die Bottelkappen hat, muss man tun, was du sagst. Well, within reason. Moses, ich habe wirklich nie mehr zu spielen in meiner ganzen Welt. Du sagst das jetzt. Aber Sofie hat eine sehr feste Definition von within reason. Und sie kommen für dich dann. Okay. Wish mir Glück. Nicht tun was ich nicht. Oh, du sagst, wie zu jemanden, mit einem Obvious crush auf mich? First of all, how dare you? Second of all, yes, exactly. Okay, how am I going to plan this on Sofie? Das werden wir gleich rausfinden. Amanda, danke, dass du dieser todmüde Markieberin den Abend gerettet hast. Eine niedliche, todmüde Markieberin. Vergiss den Teil nicht. So was. Sie kann nicht nur in Personen flirten, sondern auch in Nachrichten. Ich bin eine Frau mit vier Interlönten. Wir werden sehen, ob dazu auch ein guter Musikgeschmack zählt. Jetzt fühle ich mich bedroht. Okay, viel Spaß mit den Meteoren. Und lass Moses nicht da frieren. Er wird versuchen, die ganze Nacht draußen zu bleiben. Bevor ich vergesse, zu spät. Wenn du noch mehr dumme Witze hören willst, ich habe einen, einen Komik, einen, ja doch, Komik-Account. At Uma and U Comedy, aber kein Druck. Gwen und ihre Wälder sind liebbar. Sofie ist so schön. Sofie ist wie Bonkers protective of that bag. Usually never lets it out of her sight. But she does seem busy riding right now. Könnte funktionieren. Aber... Wir haben ein bisschen zu offensichtlich, oder? Aber sie steht ja hier direkt, ne? Sofie eats these when she can't slip away for a smoke. It'd be totally normal for me to offer her one. And give her a bottle cap instead. Now I've just got to deliver this to Safie. Hey, Safie. Mhm. Find anything poem-able? Uh, the moon. Kind of. Though I'd hardly be the first. Carl Sandburg called it a friend for the lonesome to talk to. Hm, pretty. I haven't seen a moon this bright outside of Oregon. Oh, a Max Biography nugget. Those are rare. You never really talk about why you came here. You already know. Your mom threw me a lifeline. Pulled me out of Freelance Hill. One of these days, I'm gonna find out what you're running from, Max Caulfield. That's a promise. Want a piece of candy? There's a few left. Oh. Twist my arm. Shit. It's a conspiracy. Come on, Max. Surely you, of all people, would let a girl have her secrets. Ugh, fine. But this is your only get-out-of-jail-free call. And I'm taking the cat back. For next time. You rule. I'll put back the curtain soon. Just need a few more days. Promise. Oh. Oh. Oh, shit. Hello? This is Safi. Yes, this is Safiya Lowell and Fayyad. Speaking. Be right back. So, uh, would you really take pictures of the end of the world? Yeah. Think about it. I take photos of empty buildings. An empty planet? That's next level. Okay. But it's like Safi said. Nobody is ever going to see them. That's not necessarily true. Maybe aliens find my camera two billion years later. Or irradiated mutants worship your camera like a god. Exactly. Now you get it. But you never know who's going to be left standing when it does silence. Look at that. What a tale. Moses was right. This is awesome. Awesome. Are you okay? I can give you a ride if you wait a few minutes. No, that's okay. I think a walk will clear my head. I think so. I think so. I think so. Yeah. I think so. I think so. I can't recall exactly how you could. Caledon's a beautiful campus, but it's even better when it snows. Just waiting to suddenly appear. Call me crazy, but I know that's everything I know. Call the ending and promise this is what you want. If I'm dreaming, please don't wake me up. I can't recall exactly what you want. I can't recall exactly what you want. How far I'd go, cause I'd find you in any world. Call me crazy, but I guess it's everything I know. Call the ending and promise this is what you want. Or if I'm dreaming, please don't wake me up. I can't recall exactly what you want. Please don't wake me up. Call me crazy, but I can't recall exactly what you want. Call me crazy, but I can't recall exactly what you want. I'll just catch up with Safi tomorrow. Please don't wake me up. Wir sind mal ehrlich, alle. Die meinte, sie gibt ihnen das Geld für den Champagner zurück. Champagner? Warum kauft sie Champagner? Ich glaube, das war der einzige Wein, den es in der Teutel gibt. Ja. Schaumwein ist ja auch ein Wein, ne? Ich weiß, wie weit ich ging. Ich würde dich nicht mehr ansehen. Ich würde dich nicht mehr ansehen. Ich würde mich nicht mehr ansehen. Aber mein Vater mit modernen Astronomien sollte ich mir meine Dad sagen. Ich würde mich nicht mehr ansehen. Ich würde mich nicht mehr ansehen. Was ich? Sofie's chain-smoking today? I wonder what that call was about. Thanks, ma'am. Wow, Sofie. What did Mr. Snowman ever do to you? Oh! Oh, no! You can't even close it, right? Now I know, who's been leaving all that squirrel-gore around campus. Another Polaroid? Ha, nice. But who planted the bottle cap? And who took the photo? I'm not sure how to take a shot like this every day. Wow. You're real- Oh! 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 This is not a test. Max! The emergency broadcast system is now in effect. I caused this. I caused all of this. Max? Hey. Hey, are you okay? Something's wrong. Safi. Hey! Come back! There's Safi. She seems okay. I feel like I should check on her anyway. Better safe than sorry. In this video, we're going to do a cut. We're going to do the next episode on this point. We're going to do it again by Life is Strange, Double Exposure. My name is Tom and... ...bis then.